Möchtest du kuscheln? Magst du Katzen? Bist du freundlich? Willst du mich heiraten? Okay, hab's kapiert. Das ist eine Geruchsprobe. Eiweiß, das Stäbchen. Geruchsprobe. Mr. Geist, ich hab eine Geruchsprobe für Sie. Möchten Sie mal schnüffeln kommen? Extra herb, flott im Abgang. Süßlich auf der Zunge meinst du wohl, ja? Okay, du... Duftig herb, süßlich auf der Zunge und flott im Abgang. Kann auch ein flotter Hugo sein. Möchten Sie mal schnuppern kommen? Ein flotter Otto? Bist du Petit? Kopfkino. Mein Kopfkino hat schlecht Feierabend. Gott sei Dank. Error, error, error. Du kommst in die 3, du kommst in die 3. Ja. Der Lachflashstart... Lachflash... Ich schaffst da das. Der Lachflashstart... Wie alt bist du? Verstecken spielen? Wegen, wir wollen das jetzt mal in der Dauern. Goodbye. Ja, goodbye. Guck mal, wir wollen das in Rio sehen. Oh nein. Wir sehen ja auch. Oh nein. Was ist... Was ist denn die Tür? Was ist denn... Sie ist besessen. Die Tür ist besessen. Ja, die Tür ist nur besessen, dass die mich nicht reinlässt. Ja guck mal, die Tür ist gar nicht mehr in der Angel. Die ist ja irgendwo im Haus zu tanzen. Warte mal. Der Innere ist komplett schwarz und man zieht ein... Also eine dunkle Tür erläuft. Tja, aber wie ist sie immer noch so wie vorher? Bei mir schwebt die im schwarzen Void. Bei mir steht sie neben dem Schuhschrank und tanzt. Ich wollte gerade sagen, wie weit habt ihr die reingepackt, ey? Wir gar nicht, Riot. Warte mal, kommt die jetzt raus? Ist ja keine Tür mehr da. Sind ja auch keine Fotos mehr. Das wird mal ein Fotogeist machen. Äh, Geist vom Foto... Nein. Foto vom Geist machen. Was? Fotogeist. Alter, das ist echt furchtbar mit uns heute wieder. Okay, dann jetzt mal hier auf Ernst. Nein, Klaus. Er hat Ernst seine Kappe auf. Also, ich bin dich auf dem Klo. Ja. Nicht Taschenmutter wegwerfen. Nur ausmachen. Da ist jemand tot. Ja, ich bin tot. Ejo, noch fachst du nicht gerade. Nein, ich bin tot. Ach so. Ich bin auf Klo gestorben. Weil ich warum noch immer alles durchgescrollt hatte. Taschenlampe 1, dann habe ich die Kamera in der Hand gehabt, dann habe ich fotografiert. Das ist doch besser, einfach alles von sich zu werfen. Ah, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, ich steckte in Dr. Veni, aber... Macht's nicht besser. Nein. Sehr geehrte Damen und Herren, der kleine Rio und die kleine Rini möchten aus dem Bälle-Paradies abgeholt werden. Der kleine Rio und die kleine Rini möchten aus dem Bälle-Paradies abgeholt werden. Dankeschön. Die Eltern von dem kleinen Scheißhaus-Besetter bitte an Kasse 2 melden. Danke. Das war die Sache, ich bin. Oh, mir ist so warm. Hey, Macarena. Wir müssen noch entkommen, schaffen wir das mit den beiden? Lass die beiden das mal versuchen. Aber der Wind. Ja, das ist auch wo man. Ich habe dann den Scheiß-Ein-Foto-Funk. Scheiß-Ein-Foto vom Geist, oder was denn? Hab ich. Dann versuch das mal. Also ich kann dir voll in den Ausschnitt gucken. Ihr wisst aber schon, dass heute Blutmode ist, ja? Blutwurst, oder Blutmode, was? Das gilt doch nur für Frauen. Es ist Blutmond heute Abend. Vollmond und Blutmode. Ich habe Blutwurst zustande. Ich habe Blutwurst zustande, nur im ersten Mal. Ja, er ist Blutwurst. Ich habe ja viel gemacht. Ich habe es gut. Ich habe ja viel geguckt. ich frage war gewesen ob meine glocken funktionieren du sollst nicht rumwerfen du sollst die kekse essen du saftarsch oder dich eben von meiner ecke stellen dass man nicht noch fotografieren kann stell dich in die ecke und lassen foto machen gesundheit danke schön dir auch alles gute für das neue jahr gott das ding hat sich ja gerade alles auf der versorgung aber da war doch ein projekt war nicht drin eben nicht okay dann kann man natürlich auch lange gucken dass man mal sieht hier salam aleikum ich habe die vorbeikommen alles klar alter bist du ja oder was ja hat der ein ans gehirn geschissen du geist haben wir knochen ja haben wir doch aufgesammelt den hast du selber gesammelt schau mal hier im ding dong alles klar